Neue russische Angriffe wurden in der Nacht gegen die ukrainische Hauptstadt Kiew registriert, wo Moskaus Drohnen unter den Bewohnern Terror verbreiten. Den Einwohnern wurde heute Morgen von den örtlichen Behörden geraten, die Schutzräume nicht zu verlassen, da sich die Situation noch nicht stabilisiert hat. Es gibt weiterhin Drohnen im Luftraum der Hauptstadt. Verlass die Schutzräume nicht, warnt der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko. Die Luftangriffsalarme gehen weiter und die Luftabwehr ist in der Hauptstadt aktiv. Bleibt drinnen, bis sie aufhören, riet er den Bewohnern. Auch der Leiter der Militärverwaltung von Kiew, Serhi Popko, warnte vor der kritischen Situation. Die ukrainische Armee berichtete, dass in mehreren anderen Regionen des Landes, einschließlich der Gebiete Chernivtsi und Sumi, ebenfalls Angriffe durch russische Drohnen stattgefunden haben. Zuvor hatte die russische Armee die Stadt Kostyantinivka im Osten der Ukraine angegriffen, wobei eine Person getötet und drei weitere verletzt wurden. Diese Stadt wird seit langem als ein Schlüsselziel für die russischen Streitkräfte angesehen, die langsam westwärts durch die Region Donetsk vorrücken. Mindestens sieben Personen kamen bei russischen Angriffen in der ukrainischen Stadt Lviv ums Leben. Lviv, das 60 Kilometer von der Grenze zu Polen entfernt liegt, ist aufgrund seiner Nähe zu einem NATO- und EU-Mitgliedstaat ein strategisch wichtiges Gebiet für die Ukraine, besonders nach den tödlichsten Raketenangriffen seit Beginn des Krieges am Vortag. Die Stadt Kostyantinivka Die Stadt Kostyantinivka Die Stadt Kostyantinivka Die Stadt Kostyantinivka Die Stadt Kostyantinivka